So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Jörg Kinzel, der unter anderem Vorstand ist, der selbstständiger Handelsvertreter ist, Aktionär der Wallunik AG. Wer das nicht kennt, ist Deutschlands viertgrößter unabhängiger Finanzdienstleister und gemeinsam mit seiner Frau Birgit Elisabeth Kinzel führt er auch als Unternehmer und Investor die SWAT GmbH, was ein Family Office ist, womit sie verschiedene Beteiligungen an Startups bündeln. Und ja, in der Podcast-Folge möchte ich mal mit ihm über seinen Weg sprechen, über natürlich Erfolge auf seinem Weg sprechen und aber auch über das Thema Verkaufen, denn das wird ja bei ihm auch eine große Rolle gespielt haben. Und ja, Jörg, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ja, Grüße aus München, aus dem verschneiten München muss man dazu sagen. Wir haben ein bisschen Schnee hier liegen, was für München ungewöhnlich ist. Ja, ich wurde sehr überrascht hier. Wir haben auch in Berlin hier gerade, ich glaube, minus zwei Grad gehabt und Straßen schon total glatt. Ich habe auch erst am Donnerstag Winterreifenwechsel, weil ich die letzten Jahre immer gefühlt bis Dezember war noch gar nicht so. Und jetzt haben wir das schon hier im November. Ich hatte gerade schon mal angerissen, Deine heutigen Station quasi, Deine heutigen Tätigkeiten, die Du so machst. Vielleicht kannst Du uns noch mal so einen Kurzabriss Deines Lebenslaufes geben, also wie Du da hingegangen bist, wo Du heute bist. Und noch spannender ist ja, wenn Du dem Ganzen auch noch mal so ein wichtiges Learning aus der Zeit vielleicht anknüpfen kannst, was Du genau an dieser Lebensstation auch gelernt hast. Ja, ich finde es spannend, wenn Menschen immer im Interview als allererstes so das, was man über mich findet, erzählen. Ja, das kommt mir immer sehr alt vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand ein Buch schreibt und dann so einleitet, so der Rückblick Deines Lebens, ja, so nach dem Motto. Ich habe ja im Podcast, da spreche ich auch sehr deutlich über mein Leben, über den Werdegang. Der ist ein bisschen anders als wahrscheinlich bei vielen anderen Unternehmern. Ich habe nie studiert. Ich habe, ich sage mal, ich habe das Leben studiert. Das ist auch ein Studiengang, der sehr hart ist, aber er ist ein bisschen länger, als wenn man jetzt klassisch auf eine Universität geht. Ich habe mal begonnen, irgendwann nach dem eigentlichen Versuch, Abitur zu machen, das ich abgebrochen habe, als Einzelhandelskaufmann, habe Schuhe verkauft und bin dann so ein bisschen in die Finanzdienstleistung gerutscht. Ich will es mal so formulieren. Mich hat ganz klassisch jemand abgeworben, der gesagt hat, Mensch, du kannst super verkaufen. Gute Verkäufer braucht man definitiv auch beim Thema Finanzdienstleistung. Komm doch in meine Firma. Die damalige Firma war der AWD, also Herrn Carsten Maschmeyer, seine Firma, war da einigermaßen erfolgreich. In der heutigen Sicht würde ich sagen, einigermaßen. In der damaligen Sicht war es erfolgreich. Habe dann aber, nachdem Herr Maschmeyer seine Firma verkauft hat, also AWD verkauft hat, an den Versicherungskonzern entschieden, ich möchte das so nicht. Und habe dann meinen heutigen Geschäftspartner und Vorstandskollegen Andreas Holup kennengelernt. Der hatte ein ganz kleines Finanzdienstleistungshaus in Hillpolstein. Also für den Fall, dass irgendwann mal jemand von München nach Berlin fährt, vielleicht auch du, dann wird so nach ungefähr eineinhalb Stunden nach München auf der linken Seite ein Burger King kommen. Dieser Burger King ist de facto Hillpolstein. Wenn man noch fünf Minuten weiterfährt, ist man auch schon in der Innenstadt. Und da haben wir dann im Endeffekt das Haupthaus heute noch. Andreas hatte damals diesen kleinen Finanzdienstleister gegründet, weil er ähnlich wie ich einfach mit der Thematik Finanzdienstleistung nicht zwingend zufrieden war. Und wir haben uns dann gefunden, das war so Topf und Deckel, der irgendwie zusammengepasst hat. Und aus diesem kleinen damaligen 10-Mann-Unternehmen ist die heutige Valunik AG entstanden. Also wir sind eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. Die Aktien liegen bei drei Hauptaktionären. Das ist Stefan Först, unser Aufsichtsrat und Rechtsanwalt. Dann Andreas Holup und mir. Und ja, wir haben im Endeffekt relativ zügig gemerkt, dass klassische Finanzdienstleistung jetzt auch nicht jeden hinterm Ofen vorholt, sondern haben versucht, immer Finanzdienstleistungen etwas anders zu denken. Ich sage nicht besser, einfach anders. Und haben uns dann im Laufe der Zeit darauf spezialisiert, Richtung Unternehmensberatung zu gehen. Wir bauen Family Office, wir bauen Holding-Strukturen. Wir betreuen auch noch das normale Mandat, also den klassischen Angestellten, der vielleicht ein bisschen Gutverdiener ist in dem Moment. Aber das Hauptgeschäft, das wir machen, ist wirklich über das Themenbereich Unternehmensberatung, Strukturberatung. Wir haben in der Firmenfamilie eine Rechtsanwaltskanzlei und eine Steuerberatungskanzlei. Wir haben acht Tochterfirmen inzwischen, die eigentlich alles, was mit dem Thema Geld zu tun haben, abdecken, ob das Immobilien sind, ob das das Thema Datenschutz ist. Wir haben sogar eine Marketingfirma letztes Jahr gekauft, weil wir sagen, Mandate, die bei uns im Haus sind, wollen vielleicht irgendwann die Firma auch mal verkaufen. Das sollte die Braut nach Möglichkeit hübsch sein. Und hübsch kann man eine Braut dann machen, wenn man die richtigen Schminkmöglichkeiten hat. Und diese Schminkmöglichkeiten bietet eben genau diese Firma, die wir da gekauft haben. Also von daher, wir denken Finanzen etwas anders, sehr umfassend und nach Möglichkeit, wie so ein Knotenpunkt für den Mandat, wie so ein Hub in alle Richtungen, die irgendwie möglich sind. Und du hast das Thema Verkaufen angesprochen, was eine große Rolle in deinem Leben auch gespielt hat. Immer noch, spielt immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Spielt immer noch eine große Rolle. Was zeichnet für dich einen guten Verkäufer aus? Also ich glaube, als allererstes sollte ein Verkäufer mal dazu stehen, dass er verkauft. Dieses Wort Verkaufen hat in Deutschland leider immer noch eine Situation, die eher negativ behaftet ist. Und ich verstehe es gar nicht. Weil wenn ich eine Dame kennenlerne oder wenn eine Dame den Herrn kennenlernt oder wie auch immer, was ich da jetzt miteinander vertun möchte, wenn man auf jeden Fall jemanden findet, den man gerne an sein Leben binden möchte, dann sollte man sich erst mal gut verkaufen. Also jeder Momentum im Leben ist in irgendeiner Form mit dem Bereich Verkaufen verbunden. Auch ich jetzt hier in diesem Podcast muss mich in den ersten Minuten gut verkaufen, damit der Hörer in diesem Podcast bleibt. Wenn das, was ich da von mir gebe, ziemlicher Bullshit ist, dann wird er relativ zügig sagen, ich höre mir einen anderen Podcast an. Also von daher ist ja alles, was wir tun, in irgendeiner Form verbunden mit dem Bereich Verkaufen. Und ein guter Verkäufer akzeptiert das. Ein guter Verkäufer sagt, sagt, das ist keine Rolle, die ich da einnehme, sondern ich akzeptiere diese Position und lebe diese Position bis zum letzten Moment und schämt sich auch dafür. Weil es gibt doch nichts zum Schämen, muss man mal ganz klar sagen. Also von daher würde ich das mal als wichtigste Definition von Verkäufer reinschmeißen. Und über die Jahre, was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse in der Fähigkeit zu verkaufen? Dass die Fähigkeit, verkaufen zu lernen, nie aufhört. Also wenn jemand sagt, er hat einmal ein Verkaufsseminar gebucht und hat irgendeinem... Es gibt ja über Verkaufen mehr Bücher als über Atomphysik. Wenn du in eine Buchhaltung gehst, dann findest du 40.000 Bücher. Ich glaube, es gibt nie den richtigen Weg, sondern man muss halt seinen eigenen finden. Und meine Erkenntnis ist, der hört nie auf. Du lernst ständig was Neues. Ich mache gerade Sprachtraining und jedes Jahr mache ich so Präsentationsseminare und das mache ich seit 20 Jahren. Dann reden wir über das Sprachtraining und schraube ich ein Frosch im Hals. So ist das halt nun mal. Also brauchst du auch hier wieder deine Skills, um da rauszukommen nach Möglichkeit. Was ist denn der Podcast halt nach zwei Minuten gelaufen? Und so ist Verkaufen. Das ist permanent was Neues. Die Menschen ändern sich. In der Generation Z, die musst du anders verkaufen als in meiner Welt. Das ist einfach... Die Menschen ticken ja über die Laufzeit anders. Die Informationen werden ganz anders weitergegeben. Instagram, Internet, YouTube. Ich, als ich noch damals... Ich bin 43 Jahre alt. Als ich ins Internet bin, hast du noch eine Wählscheibe gebraucht, um da ins Internet zu kommen und hast immer gedacht, du machst irgendwas Illegales. Wenn du es so... Heute... Wir haben vorhin... Ich habe vorhin hier das Programm runtergeladen, mit dem wir jetzt diesen Podcast machen. Das hat gedauert gefühlte fünf Sekunden. Damals wären es halt vier Stunden gewesen. Und dementsprechend ändert sich auch Verkauf. Immer wieder. Heute musste kein Riverside, so nennt sich das Programm, verkaufen. Das macht das Programm von ganz alleine. Früher hätte es wahrscheinlich zwei Stunden Verkaufsgespräch gebraucht, bis sich einer getraut hätte, dieses Ding aus dem Internet zu ziehen, weil er Angst gehabt hätte, der Computer ist im Arsch danach. Das ändert sich einfach permanent. Und du hast viele Verkaufsgespräche selber natürlich geführt, bestimmt auch in deinem Unternehmen viele Verkaufsgespräche verfolgt. Was sind so typische Fehler, Fehler, die Verkäufer in Verkaufsgesprächen machen, die sie sozusagen davon abhalten, wirklich gute Verkäufer zu sein? Was ist dir da aufgefallen? Sie verkaufen nicht. Sie beraten. Nichts gegen eine Beratung. Ich glaube, jeder Verkauf ist auch eine gute Beratung. Aber der Unterschied zwischen einer Beratung und einem endgültigen guten Verkauf und auch guten Beratung ist halt die Umsetzung dann. Und ein Mandat oder jemanden, der ein Produkt kaufen möchte, der kommt ja nicht zu dir, weil du sagst, ich habe ein tolles Produkt und dann gucke ich mal, was rauskommt. Der will ja eine Handlungsempfehlung und auch eine Hilfe bei der Umsetzung. Und das merke ich gerade in meiner Branche sehr. Viele haben halt Angst davor, das Mandat dann dazu zu bringen, diese Entscheidung auch zu treffen. Daran ist auch nichts Verwerfliches, weil eine Beratung, die man macht ohne einen Abschluss oder ohne einen Verkauf, war für die Katz. Wozu hat man dann die Zeit investiert um alles in der Welt? Und was die Menschen mehr lernen dürfen im Verkauf ist wieder ganz offen und ehrlich zu sagen, ich möchte dir etwas verkaufen. Also jedes Mandat, das in unserer Firma sitzt, wir betreuen ungefähr 40.000 Mandate. Wir bewegen ca. eine Milliarde Kundengelder jedes Jahr in Family Office und Holding Strukturen. Also ein bisschen Verkaufen machen wir schon. Wir haben in meinem Leben mit Sicherheit, wir haben es mal irgendwann versucht, zusammenzuzählen, weit über 4.000 Beratungen in meinem Leben gemacht. Also ein bisschen Erfahrung habe ich schon und ich mache das auch heute noch aus Spaß, nicht weil ich es muss, sondern weil ich da wirklich Spaß dran habe. immer das gleiche Thema. Am Ende ist das Mandat vielleicht und jetzt? Und der Verkäufer hat dann zu sagen, jetzt setzen wir um. Und jedes Mandat, das zu uns kommt, bekommt ganz am Anfang gesagt, ich möchte dich heute als Kunden gewinnen und ich möchte, dass du am Ende unser Konzept umsetzt. Das ist alles, was wir vorher gemacht haben, die ganze Investition, das ganze Kennenlernen, war alles für die Katz. Und es ist dir aufgefallen bei euren Top-Leuten, Top-Verkäufern, dass die sehr zielstrebig sind, dass die auch keine Angst haben, die Abschlussfrage zu stellen? Angst hat jeder. Wenn jemand sagt, er hat keine Angst, dann lügt er. Ich glaube, dass diese Angst halt in der Überwindung das Wichtige ist. Und die Überwindung treffen meine Jungs, glaube ich, und meine Mädels ganz gut. Und wie kann man da hinkommen, dass man so ein Mensch wird, der eben trotz der Angst immer wieder handelt? Indem man akzeptiert, warum man es tut. Also wenn du etwas verkaufst, hinter dem du selbst nicht stehst, eine Konzeption verkaufst, die du selbst nicht für dich in dein Leben lässt, dann musst du Angst haben davor, dass der Kunde unterschreibt, weil du weißt, dass das Problem danach größer ist als vorher. Weil der Kunde kommt und sagt, was hast du mir für eine Scheiße verkauft? Wenn du aber hinter dem stehst, was du da tust und dir das immer wieder klar machst, dann hast du auch keine Sorge davor, dem Kunden das Produkt oder die Dienstleistung oder Sonstiges zu geben. Weil du ja selber weißt, es ist für mein Leben und für dein Leben das Beste, was ich dir geben kann. Und dann hat man auch diese Angst. Die Sorge ist ja nie, dass die Thematik, dass jemand die Entscheidung im klassischen Sinn trifft. Sondern die Sorge ist ja immer, was passiert danach? Was passiert, wenn ich ein Produkt verkauft habe? Und wenn ein Mensch eine Dienstleistung verkauft, die einfach völlige Grütze ist, nur damit er Geld verdient, dann hat er Angst davor und dann sollte er auch eine Entscheidung treffen, dieses Thema zu beenden. Das macht einfach keinen Sinn. Nur wenn du selbst diese Dienstleistung, die du auch verkaufst oder das Produkt selber nutzt, in deinem Leben lässt und auch permanent anwendest, glaube ich, dass du ein guter Verkäufer sein kannst für diese Dienstleistung und das Produkt. Ansonsten verarschst du die Menschen, denen du was verkaufen willst und das macht keinen Sinn. Thema Kleider machen Leute. Du bist immer sehr auf den Punkt sehr gut angezogen. Das habe ich auch gesehen in deinem Instagram-Profil, wenn man dir so ein Stück weit folgt. Welche Rolle spielt das äußere Erscheinungsbild beim Verkaufen? Naja, 90% deines Körpers sind mit Kleidung bedeckt und wir sind nun mal, also Augen, der erste Eindruck ist das Wichtigste. Die Augen nehmen erst mal wahr. Du riechst niemanden, du schmeckst ja niemanden, du leckst ja keinen ab, ob er gut schmeckt oder irgendwas. Der läuft auf dich zu, der Mensch, und dann musst du ihn einkategorisieren. Und wenn ich jetzt heute hier als Vorstand der AG zum Beispiel mit Anzug und Krawatte und weißem Hemd sitze, dann deshalb, weil das die Menschen halt erwarten von mir. Wenn sie über viel Geld sprechen, dann haben die so ein Bild im Kopf, so einen deutschen Bankvorstand, so, boah, der muss ja irgendwie, da gehört ein Anzug hin. Jetzt habe ich die Möglichkeit und kann versuchen, die Gedankenwelt der Menschen zu beeinflussen und erst mal zu erklären, warum ich da im schwarzen T-Shirt sitze. Dann habe ich aber keine Zeit mehr, um mein Konzept zu verkaufen. Also gebe ich den Menschen halt die Situation, die sie gern selber hätten und habe dann Zeit, das Eigentliche zu tun, wofür sie da sind. Nämlich ihnen helfen bei der Firmenstruktur oder beim Kapitalaufbau. Das ist ja mein Job, nicht denen zu erklären, dass ein schwarzes Hemd auch cool ist. Wenn ich als Investor auftrete, habe ich eine andere Rolle. Und diese Rolle führe ich dann auch aus. Da trage ich, ich trage privat nur schwarz. Deswegen heißt unsere Holding auch SWAT. Also meine Frau und ich, wir tragen privat nur schwarz und irgendwann hat die Marketingagentur gesagt, dann nennen wir das Ding halt SWAT. Gut, da hast du eine andere Rolle einfach. Da kannst du auch mit dem Hoodie rumlaufen, weil als Investor bist du halt einfach der Typ, der locker ist. Da muss ich jetzt keinen Anzug und Krawatte anziehen. Ich glaube, wenn du versuchst, durch Kleidung Status und Druck zu erzeugen, dann hast du keinen. Also entweder du hast es, hast es auftreten, wie angeeignet und hast es durch Kleidung noch unterlegt oder du hast es halt einfach nicht. Wichtig ist es trotzdem, weil der Mensch einfach, man stellt sich etwas vor und wenn diese Erwartung erfüllt ist, macht man im Kopf einen Haken dahinter und ist dann erstmal bereit für den eigentlichen Verkauf. Wenn man immer noch an diesem einen Haken hängt, weil die Klamotte halt einfach nicht zu dem passt, was ich mir vorstelle, ist blöd. Ich gebe dir ein Beispiel oder auch den Hörern, ein Polizist hat in unserer Welt heute blaue Klamotten, eine Dienstkleidung an. Wenn der zu dir auf dich zukommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Respekts relativ hoch. Wenn ein Zivilbeamter vor dir steht, ist die erste Frage, gib mir erstmal einen Ausweis. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der von einem Zivilbeamten angehalten wird, sagt, ja klar, logisch, Führerschein, Fahrzeugschein, hier hast du alles. Es ist immer erst, zeig mir mal deinen Ausweis. Klar, weil die Kleidung einfach nicht zu der Realitätswelt passt, die man im Kopf hat für einen Polizisten. Das ist wie wenn, wenn du in einen OP-Seil reinläufst und narkotisiert wirst und du siehst noch den Arzt und der hat einen schwarzen Kittel dran, dann glaube ich fast, schläfst du mit ein bisschen Sorgen ein. Weil dann denkst du, scheiße, warum hat der einen schwarzen Kittel an? Weil deine Lebenswelt einfach einen weißen Kittel ist ja völlig bekloppt. Wenn du jemanden aufschneidest und der hat einen weißen Kittel an und das ist alles rot, was soll das? Aber das ist halt die Definition von Reinheit und dementsprechend sagt man halt, oh ja, Arzt, natürlich weißer Kittel. Völlig bescheuert, aber es wurde über Jahrzehnte in den Kopf gelegt. Jetzt kann ich versuchen, als Arzt da zu sagen, ich bin der im schwarzen Kittel. Gut, ich lasse halt meine Leute einschlafen mit Angst. Also es bringt ja nichts, ne? Und wenn du so viel Bewusstsein über dein äußeres Erscheinungsbild hast und das sozusagen auch ganz gezielt einsetzt und nutzt, wie stehst du zu Statussymbolen, wie zum Beispiel Uhren oder Autos? Setzt du da auch gezielt etwas ein? Erfolg wird leider hauptsächlich über Status erst mal definiert, zumindest bis zu einem gewissen Level, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, natürlich setzt man sowas bewusst ein, weil ich habe letztens einen Podcast gehört, der war sehr gut. Raoul Piccard hat da was Interessantes gesagt von Copecard. Der hat gesagt, dass die Status ja erst mal jemanden in eine gewisse Ranch einhebt. Man möchte etwas aussagen dadurch. Das ist ein eigenes Ego befriedigen dadurch und das ist auch völlig legitim. Natürlich ist aber auch diese Thematik in der Sekunde, wenn du mit einem Porsche vorfährst und über Geld sprichst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch, dem du versuchst zu erklären, wie er mehr aus seinem Geld machen kann, der wird dir da mehr glauben, als wenn das, ohne da jetzt irgendwas mit dem Kia, also nichts gegen Kia, Kia ist eine tolle Marke, aber es ist halt vom Status her anders als jetzt Porsche. Und wenn du dich jetzt nicht gerade benimmst wie ein Vollidiot und den Porsche da durchdrehende Reifen vor dem Haus des Kunden und dann den Motor auffollen lässt und keine Ahnung was, dann ist der Status erst mal gesetzt. Oh, er scheint erfolgreich zu sein, was er macht. Natürlich spielt man damit. Natürlich, klar. Jeder Mensch, der sich gewissen Erfolg anhaftet, der hat in irgendeiner Form das Thema Status. Warum auch nicht. Und der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall. Eine klassische Frage von mir, wie definierst du heute Erfolg für dich und hat sich das vielleicht auch im Laufe deines Lebens, im Laufe der Jahre auch verändert? Es hat sich eindeutig verändert, weil ich bin ein sehr monetär getriebener Mensch. Also du kannst, wenn ich eine Chance erkenne, monetär erfolgreich zu sein, dann ergreife ich dir. Du hast vorhin gesagt, wir sind Investoren. Ja, wir investieren circa 15 Millionen Euro jedes Jahr in irgendwelche Startups, Mittelstand, wie auch immer. Also nicht nur in Startups, sondern auch in andere Firmen. Das kann auch mal weniger sein, mehr ist es meistens nicht. Und ich mache das dann, wenn ich einen monetären Erfolg erkenne. Und Erfolg hat sich aber trotzdem in unterschiedlichen Bereichen neu definiert. Wenn du startest, dann definierst du erstmal, was kriege ich denn eigentlich? Also zumindest als klassischer Unternehmer. Was verdiene ich denn eigentlich damit? Und erst wenn eine gewisse Summe auf dem Konto liegt und du sagst, ich habe ein gewisses Geld, dann hat man in seiner Welt erstmal Erfolg, weil das von außen auch so definiert wird. Ich glaube, ab einem gewissen Level an Kapital auf deinem Konto ist das nicht mehr so relevant. Da fängst du an, über andere Sachen nachzudenken. Und Erfolg ist es für mich heute auch, sagen zu können, ich habe in einer gewissen Zeit meine Aufgaben erledigt und habe am Abend Zeit für meine Frau. Das ist für mich auch schon Erfolg. Natürlich, die Zeit dazwischen ist auch wieder monetär getrieben, aber mir macht der Abend mehr Spaß als das Geld verdienen. Das ist einfach, es ändert sich sicherlich, definitiv. Aber der klassische Erfolgsgedanke ist sicherlich noch Status, Geld, ist auch nichts Verwerfliches drin. Und war der Erfolg in deinem Leben Zufall? Und wenn nein, was ich da glaube, was hat deiner Meinung nach zu diesem Erfolg geführt? Also in meiner Welt bin ich noch nicht erfolgreich. Also in meiner Welt sage ich, das hört sich so an, als bist du schon am Ende. Und wenn du glaubst, jemand zu sein, hast du aufgehört, jemand zu werden. Und in meiner Welt wird es noch viel geben, was ich werde. Deswegen ist meine Definition von Erfolg noch nicht erreicht. Ich glaube auch, dass die nie erreicht sein wird. Ich will irgendwann in die Kiste krabbeln und sagen, geil war es. Das ist mein Ziel. Ich habe das Maximale aus meinem Leben rausgeholt. Auf die Frage, ob es Zufall war, ich glaube, also ich habe keinen klassischen Weg. Ich habe meine beiden Hände und meine beiden Beine und beide haben mich dahin gebracht, wo ich bin. Ich habe nichts geschenkt bekommen, ich liebe meine Eltern, über alles. Die sind aber keine Unternehmer. Mein Papa ist Gewerkschaftler und mir wurde auch das Thema Unternehmertum wirklich nicht in die Wiege gelegt, also ganz, ganz weit weg von. Und wenn heute Menschen in Investitionen denken und Geld aus dem Fenster pfeifen, dann hinterfrage ich es 15 Mal. Ich hatte heute Morgen so ein interessantes Gespräch. Ja, wenn du dein Geld dahin legst, dann kriegst du 5% pro Monat Rendite und so. Da fängt bei mir nicht die Gier an, sondern da fängt es bei mir an zu überlegen, weil ich arbeite für jeden Euro, den ich besitze, arbeite ich scheiße hart. Und den würde ich, ich finde es schlimm, ich wüsste ja genau, wenn das weg wäre, was ich dafür tun muss, um es wieder zu kriegen. Ja, ich könnte es, aber die Arbeit dahinter, das sehe ich halt auch. Also überlege ich mir immer das Thema und Gier ist da nicht mehr der Antreiber. Deswegen, nein, das ist auf jeden Fall kein Zufall, das ist harte Arbeit und zwar jeden Tag. Es gibt vielleicht die Momente, dass Menschen sagen, ah, der hatte Glück gehabt, vielleicht bei dem einen oder anderen Investment, vielleicht auch so in der Situation, wenn man sich von außen unser Leben betrachtet irgendwie, ja Mensch, da hat er vielleicht Glück gehabt. Aber Bernd Langer hat mal gesagt, nachdem ihn ein Reporter gefragt hat, wie viel Glück hast du denn in deinem Leben? Er hat gesagt, naja, es kommt drauf an. Wenn ich ganz viel trainiere, habe ich auch verdammt viel Glück. Und so sehe ich das halt auch. Wenn ich sehr viel arbeite, habe ich einfach scheiß viel Glück. Hinter jeder Entscheidung, die erfolgreich ist, stecken halt 100, die nicht erfolgreich waren. Das sieht aber halt keiner. Man sieht ja nur die Front. Und das Thema hart arbeiten, arbeitest du heute immer noch sehr hart und wo soll die Reise hingehen? Bist du ein Mensch, der sagt, ich will mein Leben lang immer arbeiten, weil ich liebe das, was ich tue? Oder ist deine Vision irgendwann Cocktail und Malediven und das möglichst oft? Oder wo soll es hingehen? Also wenn, dann müsste es irgendein Tee sein, weil ich trinke keinen Alkohol. Ja, okay. Also ich habe einen Coach, einen Psychologen, der mich begleitet. Und mit dem haben wir oft dieses Thema Ziel nach dem Ziel. Und ich glaube nicht, dass es irgendwann ein Ziel gibt, das irgendwie irgendwas erreicht. Auch wenn ich eine ganz klare Definition habe, was ich bis zu einem gewissen Punkt erreichen möchte. Es gibt schon das Ziel danach. Immer. Also die Fragen sind so ausführlich, dass wir eigentlich vier Stunden reden müssten. Hören wir es mal genau. Es gibt da keine definitive Antwort drauf. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann das Arbeiten aufhöre. Es ist so, dass ich heute immer noch sehr hart arbeite. Und wenn ich, also wenn ich heute so zurückschaue, das, was ich vor zehn Jahren als sehr hart arbeitend empfunden habe, ist heute ein schlechter Scherz. Also die Menge an Arbeit und die Menge an Intensität, die ich heute pro Tag mache, ist hundertmal höher als vor zehn Jahren. Das Lustige an der Geschichte ist aber, dass ich mich weniger gestresst fühle darin. Weil ich einfach besser organisiert bin. Weil ich mehr Möglichkeiten des Ausgleichs gefunden habe. Und zwar nicht in Bezug, dass es mir keinen Spaß macht, sondern ich gehe einfach mehr mit den Themen, die einfach scheiße sind, um. Weil die Menschen sagen mir, ja, hast du deine Passion gefunden? Und natürlich habe ich meine Passion gefunden. Es ist meine Passion, so zu arbeiten. Das ist mein Leben. Und ich liebe es. Aber dass da, du glaubst nicht, dass jeden Tag da Blumen pflücken ist. Ja, es sind da, du langst auch mal eine Brennnessel, die tut halt weh. Das war jetzt nicht zwingend ein, keine Ahnung, Stiefmütterchen in dem Moment, wo du reingelangt hast. Und das, das muss man einfach akzeptieren. Und dieses, du musst smart arbeiten, smart arbeiten. Ja, nur, ich arbeite auch smart, aber es ist trotzdem fucking hart. Also, das ist einfach viel am Tag. Und ich habe ja vor einem, das ist zwar sehr lustig, ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, einen österreichischen YouTuber, der mich begleitet hat, Dominik Lebersorber, Grüße gehen raus, ein tolles YouTube-Video draus geworden. Der hat, der hat echt gedacht, ich verarsche den. Ich bin früh um sechs, ich schiebe um 4.30 Uhr auf und bin um sechs beim Training. Und der hat gedacht, ich mache das für ihn. Bis der gerafft hat, ich mache das wirklich permanent. Ja, das, das können, das kann man von außen, glaube ich, gar nicht so sehr bewerten. Das muss man für sich dann schon selber akzeptieren. 4.30 Uhr, machst du das auch am Wochenende oder ist da ein Unterschied? Das ist ein Unterschied. Also, Wochenende ist, ein bisschen, so zum Thema Cocktail, ein bisschen Cocktail in meinem Leben lasse ich schon zu. Wochenende ist Wochenende. Das habe ich mir vor zehn Jahren nicht gegönnt. Jetzt gönne ich es mir. Kein Mensch ist so wichtig, dass er wichtiger ist als meine Frau und die Kiddies. Also, da, keine Chance. Und dieser Punkt, der geht mir noch durch den Kopf, dass du sagtest, ich habe schon immer das Ziel nach dem Ziel sozusagen. Ich habe hier so ein Vision Board mal mir irgendwann erstellt vor ein paar Jahren und das Ding hing immer, das Ding hing immer auf unserer Toilette, also gegenüber von unserer Toilette, weil da, da bin ich jeden Tag automatisch und gucke automatisch mal rauf, ja. und irgendwann sagte mal ein Gast von mir, hey Maurice, ich glaube, du hast langsam alles erreicht und mir war das gar nicht so bewusst, weil ich gar nicht jetzt das Auto damit visualisiere, was da drauf war, sondern immer so einen gewissen Zustand, was dieses Auto für mich sozusagen ausgelöst hat, ja. Und dann hatten mich einige gefragt, Maurice, was ist denn jetzt dein nächstes Ziel, ne? Ich hatte dann dieses Auto, ich hatte dann dieses Haus, also viele materielle Dinge sind tatsächlich auch in mein Leben gekommen und dann fragten mich die Leute schon wieder, was ist denn jetzt dein nächstes Ziel? Und in dem Moment dachte ich mir so, mein nächstes Ziel ist mal kein Ziel zu haben, weil ich so ein Mensch bin, ich werde auf jeden Fall schon viel zu früh wahrscheinlich schon wieder das nächste Ding wollen, das nächste, aber meine Sorge war so ein bisschen, dass ich sonst immer nur der Möhre hinterher bin und dabei vergesse, das jetzt so ein Stück weit auch mal zu genießen oder mal durchzupusten. Wie ist das bei dir? Also zum Thema, fangen wir mal vorne an das Thema Vision Board. Ich glaube, Vision Board ist das wichtigste am Start deiner Karriere, das du haben solltest. Ich habe mal ein Lüte-Video gemacht zum Thema American Express Centurion. Ich habe so eine Centurion schon seit ein paar Jahren, also zehn Jahren oder irgendwas, die stand irgendwann mal auf einem Vision Board und das habe ich witzigerweise vergessen. Dieses Board, das war nämlich in einem Buch und irgendwann habe ich dieses Buch aufgeklappt und dieses Vision Board war drin und obwohl ich das wirklich vergessen hatte, dass es dieses Ding gibt, waren einfach 99 Prozent aller Sachen, die da drauf standen, halt erfüllt und zwar in einem ziemlich zügigen Zeitraum. Also von daher, ich glaube schon, dass es wichtig ist, seine Ziele aufzuschreiben und das aber immer wieder. Also ich hatte natürlich dazwischen andere Ziele, die habe ich auch aufgeschrieben und ich habe ein Buch, das ich habe mit meinem, wie gesagt, ich habe ja einen Psychologen, ich mache einmal in der Woche genau das, ich gleiche meine Ziele mit meinem Weg ab. Also ich kommuniziere ein Ziel, jetzt nicht an jeden, da komme ich gleich dazu und gleich ist wöchentlich ab. Bin ich auf dem richtigen Weg, rede ich über Sachen, die ich noch nicht erreicht habe oder sind die Sachen, die ich mir vor einem Jahr als Ziel gedacht habe, heute überhaupt nicht mehr relevant, weil einfach schon, weil der Sprung war einfach viel größer als das Ziel. Also es wird permanent abgekriegt. Ich habe mir abgewöhnt, darüber nachzudenken, ob das gut oder schlecht ist, dass ich so ticke, wie ich ticke. Ich habe entschieden, dass es mein Leben ist und für dieses Leben kämpfe ich und mit dem Leben bin ich auch sehr, sehr glücklich. Ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Kinder. Unser Sohn hat jetzt gerade Nachwuchs bekommen, ich bin also ganz offiziell ein Jopi, also meine Frau hat die Kinder mit in die Ehe gebracht, die sind nicht von mir produziert, die sind trotzdem bei mir auf dem Arm und die Kitties haben immer zu mir Jogi gesagt, deswegen haben wir entschieden, ich bin nicht der Opi, sondern der Jopi. Und wer jetzt anfängt zu rechnen, meine Frau ist elf Jahre älter als ich und wir haben ein herausragendes Leben. Also ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, ob das jetzt gut ist und wenn Menschen mich nach meinen Zielen fragen, dann definiere ich, ich gebe denen den Part meiner Ziele, mit dem die was anfangen können. Weil mit meinen Zielen, glaube ich, kann 99 Prozent der Menschen niemand was anfangen. Das ist unmöglich, das ist zu weit aus den Köpfen und es soll jetzt nicht überheblich klingen, das ist einfach die Realität. Deswegen habe ich einen Haken dahinter gemacht und akzeptiere, dass mein Leben vielleicht ein bisschen anders ist. Ich habe mich dazu entschieden, Ende aus, Mickey Mouse. Von daher, ich glaube, dieses Thema, wohin geht ein Leben und wo, du hast ja nur dieses eine, nochmal, auch wenn du sagst, du möchtest einfach mal leben, dann frage ich halt, okay, was ist Leben? Also in dem Moment würde ich jetzt fragen, was ist denn dann Leben? Ja, ich möchte mal kein Ziel haben. Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Und meistens sind es halt trotzdem irgendwelche Einflüsse von außen, die dich dann, die einen dann so hinterfragen lassen. So, bin ich auf dem richtigen Weg und ach Gott, jetzt habe ich meine Eltern nicht gesehen und ganz unter uns, wenn man offen kommuniziert, was man will, dann versteht es die Menschheit auch oder halt auch nicht. Und wenn man, auf meinem Weg, ich habe meinen Eltern ganz klar gesagt, seid meine Böse, wir werden uns nicht jeden Geburtstag sehen, das macht für mich keinen Sinn. Ich liebe euch und nur weil einmal im Jahr irgendeiner Garant kommt und euch ein Geschenk auf den Tisch legt, halte ich das jetzt nicht für sinnvoll. Das ist wie Silvester. Ich feiere keinen Silvester, was soll der Scheiß? Das Leben geht weiter, nur weil die Leute sagen, nach 365 Tagen musst du feiern. Wow, also da habe ich nichts davon. Und das erzähle ich den Menschen, die es hören wollen und die es verstehen wollen und dann kommen die auch klar damit. Dann sagen sie vielleicht, der Kind ist etwas verrückt. Ja, ich bin verrückt, von der Masse verrückt, völlig in Ordnung, kann ich mit leben, aber ich kommuniziere es halt. Und die Mut zu haben, das zu kommunizieren, macht viele Sachen deutlich leichter. Und dann kommen auch dumme Fragen eigentlich nicht. Wir trinken keinen Alkohol, das ist jedes Mal die Diskussion, wenn wir irgendwo unterwegs sind, trink doch einen Wein. Nein, ich will es nicht, lass es. Und siehst du das früher aufstehen, also 4.30 Uhr, als einen Erfolgsfaktor? Nein. Ich habe es mal in einem anderen Video auch gesagt, wenn du um 4.30 Uhr aufstehst und Grütze veranstaltest, dann ist es völlig scheißegal, ob du um 4.30 Uhr, 5.30 Uhr oder 8 Uhr aufstehst. Das ist völlig wurscht. Ich stehe ja nicht um 4.30 Uhr auf, weil ich das geil finde oder so. Das ist halt, ich stehe um 4.30 Uhr auf und meditiere eine halbe Stunde. Dann habe ich ungefähr eine Stunde Zeit und ein bisschen zu frühstücken, um mich fertig zu machen und dann gehe ich zum Sport. Das ist halt generell anders. Ich muss um 8.00 Uhr, um 9.00 Uhr geht es dann bei mir wieder weiter mit dem Arbeiten. Am Dienstag, Donnerstag ist es so 9.00 Uhr, weil ich halt abends versuche, um 18.00 Uhr zu Hause zu sein. Und das ist teilweise immer noch ein Versuch. Je nachdem jetzt am Jahresende kommt wieder jeder Garant, weil die Leute feststellen, hoppele, das Finanzamt hätte gerne ein bisschen Steuerzahlung. Ich würde gerne was dagegen machen, also kommen sie halt zu uns gerannt. Also seit November und Dezember ist bei uns Großkampftag. Das ist ganz schlimm. Das ist witzig, wir können ja auch im Januar anfangen, aber die Leute merken es immer erst dann, wenn die Situation eintritt. Von daher ist das frühe Aufstehen völlig unwichtig für deinen Erfolg. Je nachdem, was du halt in der Zeit machst, ist entscheidend. Du hast 24 Stunden. Wenn du in einer Stunde das schaffst, was ich in 8 Stunden schaffe, bist du halt einfach effektiver als ich. Da kann ich nur was lernen. Also wenn jemand weiß, wie es funktioniert, wirtschaftlich besser dasteht als ich. Ich sage immer bloß, Elon Musk steht auch, glaube ich, recht früh auf, auch wenn er momentan ziemlich fett ist. Aber Zuckerberg steht auch ziemlich früh auf und von daher irgendwie alle erfolgreichen Menschen scheinen irgendwie viel zu tun am Tag. Ich habe noch keinen erlebt, der im Jero-Hupf und Cocktail auf der Insel schlürft. Ja, ja. Und hast du einen speziellen Tipp, eine spezielle Erkenntnis? Für ein erfolgreicheres Leben? Also die Haupterkenntnis meines Lebens, ich kann ja immer nur von meinem sprechen und von den ein paar tausend Menschen, die ich halt begleitet habe, erfolgreich zu sein. Wenn du kein Warum hast, wirst du nicht erfolgreich. Also wenn du nicht weißt, warum du um 4.30 Uhr aufstehen sollst, um danach Gas zu geben, wirst du es nicht tun. Und um zu erkennen, was dein Warum ist, solltest du erstmal wissen, was du nicht willst in deinem Leben. Wenn du weißt, was du nicht willst, ist danach die Folge sehr, sehr schnell. Also mach dir Gedanken, was willst du nicht und dann schau dir an, was heißt das für dein Leben. Daraus ergibt sich dein Warum und daraus ergibt sich ein Preis. Und wenn du bereit bist, den Preis für dein Ziel zu zahlen, dann wirst du dieses Ziel auch erreichen. Wenn du aber sagst, du willst eine Million auf dem Konto, musst dafür, meinetwegen im Verkauf, keine Ahnung, am Tag 20 Kunden besuchen, damit die Million kommt und du bist nicht bereit, am Tag 20 Kunden zu suchen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann mach entweder einen anderen Job, wo du schneller zu Millionen kommst oder akzeptierst, dass du 20 Kunden brauchst am Tag. Also es kommt halt darauf an, was du tust. Ein Autoverkäufer, der sagt, der will erfolgreich sein und der will sein Auto Haus am Laufen halten, der muss kalkulieren und sagen, okay, das muss ich einkaufen, das sind die Kosten. So viele Autos müssen am Tag verkauft werden mindestens, damit meine Kosten gedeckt sind. So viele müssen verkauft werden, damit ich im Plus bin und so viel muss verkauft werden, damit die Million da ist. Wenn du nicht bereit bist, den Preis zu zahlen, diese Menge an Autos zu verkaufen, wird es mit der Million nix. Dann solltest du vielleicht Hühnchen verkaufen oder ich esse kein Fleisch, Gemüse. Und du hast davon gesprochen, dass du 4.30 Uhr dann erstmal eine halbe Stunde auch meditierst. Ich glaube auch, Meditation ist so ein ähnliches Thema wie Verkaufen. Bei Leuten, die sich damit nicht auskennen, hat das so ein ganz schlechtes Image oder so. Also wird so total in die Esoterik-Kiste gepackt oder so Voodoo oder die denken, glaube ich, wenn du meditierst, stehst du kurz davor, eine Hexe zu sein oder irgendwie so. Wie hast du zur Meditation gefunden und warum machst du es täglich und dann eine halbe Stunde? Ich merke gerade, ich habe schon verdammt viele Videos gedreht zu den Themen und Interviews geführt. Das ist sehr witzig. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe ein Interview gelesen von einem Hedgefonds-Milliardär, der auch ein tolles Buch geschrieben hat. Und der hat gesagt, der Grund, warum er heute Milliardär ist, ist, weil er das Meditieren begonnen hat. Und dann habe ich mir den Typen angeguckt, vorne auf dem Cover von der Zeitung, habe mir gedacht, wenn der Vogel eine Milliarde hinkriegt durch Meditieren, dann meditiere ich ab morgen. Ich bin halt so ein Typ, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann beschäftige ich mich damit, habe mich einen Tag damit beschäftigt und habe dann einfach in einer unendlichen Dummheit begonnen zu meditieren. Die Dummheit halte ich halt durch seit jetzt doch einigen Jahren. Es wäre besser gewesen, wahrscheinlich hätte ich einen Kurs gemacht und so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Menschen spreche, die Meditation lernen, die bestätigen mich in dem Tun. Ich habe mir vorher Informationen geholt und dann habe ich mich hingesetzt, habe die Augen zugemacht und habe versucht, in einen Zustand zu kommen, wo meine Gedanken fließen und laufen, um sie dann zu sortiert bekommen. Das ist das richtige Wort. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich bin dann wie so in einem Tunnel und das geht mal einen Tag besser und es geht mal einen Tag schlechter. Aber du musst ehrlicherweise sagen, es gibt so gewisse Phasen in deinem Hirn beim Schlaf, REM-Phasen, also du sprichst, wo dein Hirn auch Eiweißbausteine abbaut und so weiter und in diese Phase kommst du durch Meditieren. Da gibt es Techniken, um schneller hinzukommen oder du musst es halt durchhalten und irgendwann du kannst gar nichts anders machen, als dass du irgendwann mal in diese Phase kommst. Und die sortiert deinen Kopf schon relativ gut und du bist halt danach einfach klarer für den Tag. Du triffst Entscheidungen einfach mit einer deutlicheren Klarheit. Und wenn du groß werden möchtest und groß denkst, dann müssen deine Handlungen ja auch groß sein, weil sonst ist, allein zu denken, bringt dich noch nirgendwo hin. Das ist immer dieses Thema, ich male ein Vision Board, wenn du dann keine Handlungen dahinter stellst, sondern ein Vision Board, sondern das Vision Board die ganze Zeit gegenüber auf dem Klo nur anschaust und da stehen bleibst für 24 Stunden, tut sich ja nichts. Und durch die Meditation siehst du halt einfach für dich eine Klarheit im Tun. Jeder, der sagt, er will in seinem Leben etwas erreichen, sollte sich echt mal das Thema Meditation angucken und auch mit Sicherheit einen Kurs machen. Es muss nicht jeder so bescheuert sein wie ich, der glaubt, es hat viel zu lang gedauert, bis ich diese Phase hatte. War halt in meinem Leben so. Also von daher, eine Hexe bin ich heute noch nicht. Vielleicht Merlin könnte man noch sagen können, eine Hexe wird schwierig. Aber selbst das hat nicht funktioniert. Ich schwebe auch nicht durchs Zimmer nach den Jahren. Okay, auch das ist völliger Bums. Und es gibt auch mal Tage, da denkst du so, ey, ich habe heute Morgen auch, ich habe heute Morgen meditiert. Es gab eine kleine Ablenkung in meinem Leben, positiv privat. Und ich hatte es einfach gefreut. Und da kommst du aus der Emotion noch nicht raus. Und dann war ich auch schwierig in der Meditation. Das gehört dazu. Ist halt so. Es gibt keine gleichbleibende Linie. Aber es hat heute Morgen, trotz alledem, ich bin dann raus aus der Meditation, da habe ich mir gedacht, eigentlich war es gar nicht so schlecht. Es hat mich irgendwie emotional noch mehr mit diesem Moment verknüpft. Du musst halt überlegen, was will man. Auf deiner Webseite habe ich das Kindse-Erfolgsprinzip gelesen, beziehungsweise dort sind im Grunde, da konnte ich nicht viel lesen, sondern das sind die verschiedensten Gewichtungen drauf, was dieses Erfolgsprinzip ausmachen. Und was ich erst mal spannend fand, ist, dass das Thema Mindset, das gewichtest du mit 50 Prozent von 100 und mit Abstand der wichtigste Aspekt auch. Wieso siehst du das Mindset für so wichtig bei dem Thema Erfolg? Fragezeichen. Also, pass auf. Ich glaube, Cristiano Ronaldo hatte ein gewisses Talent als Fußballer. Lionel Messi wahrscheinlich auch. Cristiano Ronaldo hat diese Maschine, die er dann geworden ist, deshalb, weil er nochmal den Preis gezahlt hat. Mittagsschlaf, Training, Essen, Entbehrungen und am Ende bleibt halt Cristiano Ronaldo als Multimilliardär. wenn er Milliarder hat, weiß ich nicht, aber irgendwo die Richtung. Und wenn du im Kopf nicht klar bist, dass du diesen Weg gehen willst, wirst du es nicht gehen. Weil die Preise einfach zu hart sind. Es tut dir einfach zu sehr weh. Dann wirst du ab abgelenkt. Ach, komm, mein Leben, ich muss auch mal leben und ich muss auch mal dies und mal das. Und dann liest du wieder einen Kalenderspruch und denkst, ach ja, 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 ich muss wieder fünf Minuten loslegen und dann legt man wieder fünf Minuten los und dann kommt wieder das Leben und dann heißt es, ach, ein bisschen viel Essen und ein bisschen wenig Sport und alles ist super, ach, das geht doch. Und dann liest du wieder einen Kalenderspruch. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber wenn du deinen Kopf nicht klar hast, dann werden deine Handlungen auch nicht klar sein. Und deshalb glaube ich, dass eben das Mindset so extrem ist. Es gibt genug Fußballer, die der beste Beweis dafür sind, dass Talent eben nicht alles ist. Lars Ricken, ja, ich bin jetzt kein Dortmund-Fan, ich bin Bayern-Fan und trotzdem hat er im Olympiastadion ein herausragendes Tor zur Champions League von Borussia Dortmund geschossen. Ja, vielmehr fällt mir aber zu Lars Ricken jetzt auch eine Zwingerei. Ein Beckenbauer und Ronaldo ist eine andere Hausnummer, obwohl die vielleicht vom Talent her ähnlich gestrickt waren wie Lars Ricken. Also, ich kenne ihn nicht, liebe Grüße gehen raus, wenn du das hörst. Senior Ricken, sorry, dass ich zu deutlich bin, aber so ist es halt. Und genauso ist es halt, ich meine, du musst mal auch als Elon Musk, also, ich meine, der Typ, ja, schimpft sich immer mal wieder als der reichste Mensch der Welt und fliegt halt trotzdem aus den USA nach Brandenburg, glaube ich, und muss dann 40.000 Mitarbeiterwerk dazu eröffnen. Der könnte auch sagen, ich lasse das 40 Manager machen, aber sein Mindset lässt das nicht zu, weil er genau weiß, was er da macht. Übrigens bei dem Thema, wir bauen ja Holdingstrukturen, wenn Elon Musk in Deutschland eine Firma eröffnet, dann scheint es, und dann, also, dann scheint die Steuerproblematik in Deutschland gar nicht so groß zu sein. Das möchte ich mal so neben rauswerfen, mal so ganz nebenbei. Ihr lieben Unternehmer, ihr müsst nicht in die Schweiz, nach Malta oder nach Dubai. Wir haben in Deutschland echt ein gutes System, du musst es nur nutzen und spielen. Die ganze Welt spielt es, nur wir glauben, wir müssen irgendwie nach, keine Ahnung, auf irgendwelche Inseln im Pazifik abhauen. Ohne Worte. Aber gut, das ist unser täglich Doing. Von daher ist das Mindset einfach entscheidend und wir Deutschen haben echt ein Problem damit, weil in der Schule, du lernst durch Fehler im Leben. Also, du tust etwas, machst einen Fehler und lernst aus diesem Fehler. In der Schule wird dir beigebracht, du machst eine Klausur und schreibst eine 5. Hast du nochmal eine Option, aus den Fehlern des letzten Males was zu lernen? Nein. Die 5 steht. Ende. Eigentlich wäre die richtige Variante zu sagen, okay, du hast eine 5 und bekommst jetzt nochmal die Chance, aus deinen Fehlern zu lernen. Dann würde man vom Mindset her verstehen, dass ein Fehler nicht schlechtes ist, sondern ein Momentum auf dem Weg. Aber wir bekommen es nicht beigebracht. Im Gegenteil, wir kriegen genau das Gegenteil. Bei uns müssen Affen schwimmen und Fische müssen klettern. Jeder hat seine Neigung und seine Eignung und das wird nicht zusammengebracht, leider. Dementsprechend ist für uns auch dieses Thema Mindset so amerikanisch, würde ich jetzt sagen, so aufgestülpt, so, ich lese einen Kalenderspruch und die Amerikaner machen das auch und deswegen muss ich hier einen auf Tony Robbins machen und in der Gegend rumhüpfen. Das liegt einfach an der Grundsatzerziehung, die wir in Deutschland leider immer noch haben. Ändert sich und das Leben spielt ja auch von außen sehr viele Einflüsse mit rein, auch durch die Social Media und durch das grundsätzliche Wissensnetzwerk, das halt weltweit aktuell ganz anders ist als noch vor 20 Jahren. Aber es ist immer noch in den Köpfen der Menschen drin und deswegen halte ich Mindset im Grundsatz her für so wichtig, weil du dir einfach Gedanken drüber machen musst, was um alles in der Welt tust du eigentlich den ganzen Tag und wie gehst du am Ende damit um? Ja, ich bin da bei dir. Ich fand, umso erschreckender, es gab so von Jan Dömermann eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich gucke zu wenig Fernsehen, eine Fernsehshow, eine Comedy-Show, ich weiß nicht, was der macht und da hat er so ein Stück weit die deutsche Coaching-Industrie sich lustig gemacht und was ich so krass fand, das wurde mir dann zugetragen und habe ich mir das mal angeguckt und was ich so krass fand, er hat sich gerade auf dieses Wort Mindset so gestürzt und hat das sozusagen so ins Lächerliche getan und ich sag mal, irgendwelche Sequenzen, so wie du jetzt dargestellt hast, auch, das fand ich ganz schön, Kalendersprüche, also das Mindset sozusagen, die Arbeit ist, indem du dir irgendwelche Sprüche anhörst und dann hast du ein Mindset, das ist es natürlich nicht, aber so wurde es so ein Stück weit dargestellt, auf diesem Niveau dieser Kalendersprüche, wie kann es gelingen, sich vielleicht ein Erfolgsmindset oder ein besseres Mindset aufzubauen, wie sieht deiner Meinung nach die Arbeit am eigenen Mindset aus? Naja, also Böhmermann hat ja bis zu einem gewissen Punkt auch recht mit dem, was er da getan hat. Er hat eine Coaching-Welt an Pranger gestellt, die teilweise schon spannend ist, also Menschen, die in ihrem Leben keinen Erfolg hatten, glauben, anderen Leuten zu erklären, wie man erfolgreich sein kann. Da kann man schon eine Satire draus machen. Wie alles bei Böhmermann ist es aber leider irgendwann ins, er versucht, ins Lächerliche zu ziehen und am Ende ist er selber lächerlich. Und das war leider bei der Thematik auch, weil du kannst, ich habe auch kritische Themen zum Thema Coaching und so weiter und auch zum Thema Mindset sehr kritisch, weil ich sage ganz bewusst, die Leute hängen sich halt genau solche Kalendersprüche an die Wand oder haben irgendwann mal gehört, sie müssen ein Vision Board machen. Und dein Vision Board ist ja auch nicht deshalb so erfüllt, weil du danach nichts getan hast, sondern du hast halt dann was getan, um das Vision Board zu erfüllen. Und wie kann man das selber machen? Also sich halt permanent hinterfragen. Also es ist die Arbeit an einem selbst ist die schwierigste, anstrengendste, unangenehmste Arbeit überhaupt. Arbeitest du aber nicht an dir selbst, wird das, was du willst, einfach nicht kommen. Du musst dich weiterentwickeln. Es sind Leute, ich habe studiert und du nicht. Ich sage ja, du weißt du, dein Problem ist nicht, dass du studiert hast und ich nicht. Dein Problem ist, dass ich heute noch studiere und du entschieden hast, nach deinem Bachelor ist es durch. Das ist der einzige Unterschied. Und die Thematik ist wirklich so hart, wie sie klingt. Das ist Mindset. Du kannst doch nicht glauben, dass du irgendwann in dieser wirklich schnell funktionierenden Welt einen unendlichen Einblick in alles hast und damit bist du allmächtig. Du musst permanent gucken, wie entwickelt sich die Welt, wie entwickelt sich deine Mandatschaft, die Menschen, die ein Produkt haben möchten, wie entwickelt sich Informationsfluss, wie entwickeln sich Menschen, die in deiner Firma arbeiten wollen. Und das ist schon Mindset. Wenn du dazu aber keine Lust hast und sagst, nee, ich sitze lieber auf der Couch und fresse meine Chips, jedem, was er will. Aber dann darfst du dich auch nicht beschweren, dass dein Kalenderspruch, den du gleichzeitig an der Wand kleben hast, während du deine Chips frisst, nichts bringt. Und die rennen aber dann halt rum und erzählen irgendwie, ich habe ein Mindset. Und dann sind wir wieder bei Jan Böhmermann. Dann schließt sich wieder der Kreis. Und es wäre wirklich cool, wenn das in der Schule irgendwann mal ankommt. Es gibt in Bremerhaven, da habe ich einen Podcast mit zwei Studenten gemacht wirklich einen super Studiengang. Die haben keine Noten oder so, keine Klausuren, sondern die werden einfach ins kalte Unternehmerwasser geworfen und dürfen über die Universität ihre unternehmerischen Ideen ausleben und versuchen, damit erfolgreich zu werden und dann zu lernen, wie es funktioniert. Durch Fehler, so ein Thema. Wenn das nicht nur in Bremerhaven wäre, weil da die Universität sehr klein und umsetzbar ist, sondern auch an großen Universitäten oder so was, die vielleicht noch ein bisschen mehr, nichts gegen die Universität in Bremerhaven, liebe Grüße gehen raus, ich mag euch, alles gut. Aber wenn das jetzt auch in München mal an der TU unterrichtet werden würde oder so was, dann wäre das halt ein anderes Understanding. Und dann in der Schule vielleicht auch mal in der fünften Klasse mit einem Kind mal erklären, wenn wir reden über das Thema, du darfst andere Menschen nicht bewerten in dem, wie sie leben wollen, also welches Geschlecht sie lieben wollen und ob man jetzt dann in irgendeinem gendern soll oder so was, das will man den Kindern beibringen, aber die verstehen ja gar nicht, was dahinter steckt. Wenn wir anfangen würden, mal zu erklären, was im Gesamten dahinter steckt, dann würden auch solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, aber wenn es keine Kleinigkeiten sind, sondern Großigkeiten, würden die auch anders im Kopf hängen bleiben und auch die Menschen mehr zu Unternehmern machen oder zu unternehmerisch denkenden Menschen, weil du musst in Deutschland auch nicht Unternehmer sein, um erfolgreich zu sein. Du kannst auch herausragend sein als angestellte Person. Wenn du Geschäftsführer einer Unternehmung bist oder Management führst in einem großen Unternehmen, sensationell, aber du musst ja auch Entscheidungen treffen, die eine Tragweite haben. Aber wann kriegst du es genau in deinem Studiumleben oder in der Schule beigebracht? Und dass jede Entscheidung auch etwas Negatives auslöst, das ist Mindset, zu sagen, keine Ahnung, wenn ich jemanden beschimpfe, dass da nicht nur das nicht schön ist, sondern dass das in seinem Leben auch etwas auswirken kann. Aber wann lernten wir das denn? Es heißt nur, nicht schimpfen, nicht böse sein. Aber was das auslöst, da redet keine Sau drüber. Warum auch immer. Und 50% Mindset, 20% gewichtest du Routinen. Wir haben schon ein paar anklingen lassen heute, also 4.30 Uhr wochentags aufstehen, aufstehen, Meditation, zum Sport gehen. Von welchen weiteren Routinen sprichst du in deinem Leben? Ach Gott, das hat mit meinem Leben jetzt wenig zu tun. Routinen sind im Endeffekt ja nur eine Leitlinie für die Themen, die du willst. Ich bleibe dabei, wenn du sagst, du hast durchkalkuliert, du musst, um einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg zu haben, so und so viele Menschen am Tag kontaktieren, damit der wirtschaftliche Erfolg da ist. Dann solltest du dir halt auch die Routine einplanen, die Menschen zu kontaktieren. Weil es bringt ja nichts, wenn du in deinem Kalender schreibst, ich brauche 20 Mann am Tag, aber die nie anrufst oder ansprichst oder irgendwas. Und eine Routine ist ja nichts anderes als eine Leitlinie genau auf diesem Weg. Wenn du ein Mindset hast, der das nach Möglichkeit funktioniert, dann solltest du halt auch Routinen in deinem Leben lassen, die dieses Mindset auch irgendwie auf die Straße bringen. Tust du es nicht? Ich meine, klar gehört irgendwie Meditation auch dazu, da gehört vielleicht auch Sport dazu, aber zu Routinen gehören halt auch, unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Ich habe am Tag zum Beispiel, das ist eine Routine meinerseits, ich habe acht Termine jeden Tag, die mir einen wirtschaftlichen Erfolg versprechen. Also wo ich wirtschaftlich Kapital verdienen kann. Habe ich die nicht am Tag, ist mein Tag für den Arsch. Also habe ich mein Team darauf ausgerichtet, dass diese Routine halt täglich da ist. Heute zum Beispiel, durch den Podcast jetzt, muss ich halt ein bisschen länger arbeiten, weil sonst wird es nichts mit den acht, weil diese zwei Stunden oder die Stunde, die wir jetzt dann vielleicht sprechen, die haben ja zwei Stunden geplant, anders verplant sind. Geht nicht anders. Und da gehören dann Routinen dazu. Und du doch auch, um deinen Podcast im Endeffekt erfolgreich zu machen oder auch ich meinen Podcast, müssen wir halt jede Woche irgendeine Folge aufnehmen. H hilft ja nichts. Wenn du die Routine hast, ich habe immer Freitag früh, acht Uhr steht bei mir Podcast und auch das ist eine Routine. Mache ich es nicht, ist nichts mit dem Podcast. Der nimmt es ihn ja von alleine auf. Ich habe dazu eine spannende Statistik gelesen, die ist schon ein bisschen älter, aber das wird heutzutage nur etwas hochskalierter sein. Damals gab es zwei Millionen Podcasts und schätze mal, wie viele von diesen Podcasts haben es geschafft, insgesamt mehr als drei Folgen aufzunehmen. Also maximal fünf Prozent, würde ich jetzt mal sagen. Also es waren 200.000. Also zehn Prozent, also 200.000 sind mehr als drei Folgen. und jetzt spannend, von diesen 200.000 haben wiederum 90 Prozent es nicht geschafft, über eine zwanzigste Folge hinaus zu kommen. Das heißt, du gehörst automatisch zu den Top-Ein-Prozent auf dieser Welt, wenn du einfach nur weitermachst. Ich finde das so geil, weil das ist, eigentlich ist es in jedem Themenbereich des Lebens so, wenn du halt durchziehst, dann bist du schon den meisten erstmal voraus, egal wie gut du bist in der Disziplin. Das ist genau, was ich vorhin gesagt habe. Lars Ricken, hohes Talent, aber halt das Talent nicht auf den Boden gebracht, weil er einfach weniger Routinen, Preise, was auch immer gezahlt hat. Und wir zahlen halt den Preis, sowohl du als auch ich, immer wöchentlich Podcast. Irgendeiner musste Scheiß dann aufnehmen. Und wir sind offensichtlich beide unter den ersten 1% auf diesem Planeten. Ja, ich habe es mal in einem Vortrag gezeigt, da habe ich meine Podcast-Statistik mal aufgezeigt und es war so in etwa so anderthalb Jahre war das so auf einem Niveau. Also wenn man die Wiedergaben, die wöchentlichen Wiedergaben sich anschaut und dann irgendwann nach anderthalb, zwei Jahren ging es wie so einen klassischen Hockeystick, ging es so richtig nach oben. und es ist wie so dieses Kalenderbildchen von diesem Goldgräber, der so einen Tunnel gräbt und am Ende hört er auf, bevor er ganz kurz davor ist. Und ich glaube, was man nicht sein darf, ist diese Fliege, die hier immer wieder gegen das Fenster fliegt, immer wieder mit der falschen Strategie quasi. Also dann bringt auch nachhaltiges und konsistentes Handeln dann nicht. aber ich hatte halt mein Proof of Concept mit dem oder darin gesehen, als von Spotify die Meldung kam, dein Podcast gehört auf Spotify weltweit zu den Top 1% der am meist geteilten Podcast. Weil am meist geteilt war für mich, okay, wann teilt ein Mensch etwas? Naja, wenn der richtig begeistert ist, weil sonst machst du vielleicht mal einen Daumen nach oben, ja, aber dass du das teilst und irgendwie deinem Kumpel schickst oder wem auch immer schickst, ja, das war für mich so ein wertvolles Signal und dann habe ich erst richtig Gas gegeben, dann habe ich die Frequenz erhöht, dann habe ich zwei, drei Gäste die Woche gemacht und dann ist dieser Hockeystick eben auch richtig abgegangen und den brauchst du sicherlich auch. Ja, ich meine, und es bleibt nochmal, es bleibt auch das Warum dabei, also du hast dein Warum dann im Endeffekt gefunden, du hast den Erfolg gesehen und dann ging es auch nach vorne. Natürlich fragen mich, wenn jetzt die Hörer da jetzt zuhören, sein Podcast macht der YouTube, scheint er auch zu machen, Instagram hat er auch irgendwie, warum, der Typ ist doch, ist ja Unternehmer, warum macht der jetzt so einen Scheiß? Ich habe halt irgendwann, wir haben vor x, vor drei Jahren oder so war das, also ich war stolz auf die Tatsache, dass wenn du meinen Namen im Internet eingegeben hast, dass du über mich nichts Negatives gefunden hast. Ich komme aus der Finanzdienstleistungsbranche, da ist das eher ungewöhnlich, ich will es mal so formulieren, du findest immer irgendeinen Scheiß, über mich findest du nichts oder man fand bis zu dem Zeitpunkt einfach nichts und das habe ich immer als unglaublich toll definiert. Das waren meine 1%, die du jetzt gerade erwähnt hast bei deinem Podcast. Und dann war eine Unternehmerfamilie, die ich seit Jahren begleite und die Kinder sind nachgerückt. Und dann hat es geheißen, einmal Kinsel, das was du da erzählst, wenn das so geil ist, warum verdammt nochmal finde ich davon nichts im Internet? Und dann habe ich gerafft, scheiße nochmal, die Menschen ticken heute anders. Das habe ich auch vorhin mit dem Studium gemeint, du musst immer weiter studieren, immer weiter dir Sachen holen, so wie du dann auch gesagt hast, jetzt machst du mehr Folgen pro Monat und so weiter, pro Woche, also mehr Gäste und so weiter. Das war meine 1%. Und dann habe ich entschieden, okay, dann gehen wir in die Öffentlichkeit mit dem Zeug, weil es wirklich geil ist, was wir machen. Ich lebe es jeden fucking Tag. Und wir haben letztes Jahr, im ersten Jahr glaube ich 9 Millionen Euro durch Instagram gemacht, also nicht, weil Instagram mir 9 Millionen überwiesen hat, sondern weil so viele Menschen auf einmal den Weg zu uns gefunden haben. Irgendwie habe ich einen Punkt getroffen, den die Menschen gerne hören und gerne auch sehen wollen, wie ich mit Unternehmensstrukturen große Dinge schaffen kann. Also nicht nur labern, sondern mit dem, was gelabert wird, auch was anfangen können, auch die Sachen erklärt bekommen. Und so kamen Mandate zu uns. Und dann habe ich gesagt, okay, kacke nochmal, wir hätten es jetzt wirtschaftlich nicht gebraucht, aber ich fand das schon geil. Dieses Jahr sind es weit über 10 Millionen, also wächst auch ein bisschen und das ist schon okay. Da kannst du schon sagen, lohnt sich mal der ganze Aufwand. Jetzt können, wenn man das natürlich runterbricht auf die Tatsache, wie viele Menschen folgen mir, völlig irrelevant. Weil, keine Ahnung, wie viele 17.000 Menschen oder was, die mir folgen, aber die sind halt in der Zielgruppe so genau positioniert, dass theoretisch wahrscheinlich alle 17.000 meine Zielgruppe sein können. Und das Thema ist, nochmal, was treibt dich an? Was treibt dich an? Was sind deine Handlungen? Für dich war das so ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, komm, wenn ich jetzt wirklich noch Intentionen da reinstecke, dann wird mein Podcast weltweit offensichtlich noch besser dastehen, als er vorher dastand. Und genau die gleiche Intention hatte ich dann auch. Und wenn jemand fragt, wann um alles in der Welt finde ich meine Passion genau in der Sekunde. In der Sekunde, wenn ich weiß, warum ich diese fucking Scheiße mache, dann ist dir auch alles andere scheißegal. Weil du musst ja auch mit solchen Idioten wie mit mir klarkommen, wenn du hier einen Podcast machst. Ja, muss ja auch irgendwie zusammenschneiden, den ganzen Spasta und so. Ich muss ja auch mit irgendwelchen Sachen klarkommen. Aber das merken wir gar nicht mehr, weil es halt unsere Passion ist. Und andere würden sagen, ja, da muss ich jeden Tag, ich mache jeden Tag Storys, irgendwie fünf bis zehn. Wann machst du denn das auch noch zwischendrin? Ja, gut, eine Story da 30 Sekunden, das ist nicht so dramatisch. Aber der Preis ist schon, du musst deine Kamera aufmachen, musst du da hinhalten, musst du das zusammenschneiden, musst du die Sticker reinbasteln, einmal die Woche den blöden Podcast, dann einmal im Monat muss ich irgendwie YouTube-Videos aufnehmen. Für ein Ergebnis, wo du sagst, keine Ahnung, tausend Leute gucken ein YouTube-Video an. Aber wenn die tausend Leute Kunden bei mir werden und wir ein paar Millionen damit verdienen, dann scheiß doch drauf. Also ich kenne meinen Warum. Und wenn jemand fragt, wie, such dann Warum. Ja, ist ganz lustig, bei mir ist das mit Instagram mal so entstanden, ich habe mich da aus Neugier an der Plattform angemeldet und dachte, man müsste so Urlaubsfotos da reinstellen. Und dann waren wir in Dubai auf so einem Kreuzfahrtschiff und ich habe da so ein Foto reingestellt und es hat natürlich keine Sau interessiert, dass ich da so ein Foto reinstelle. Dann war mein zweiter Versuch, mal so einen Kalenderspruch mir zu nehmen und auf so ein schönes Urlaubsfoto zu packen. hat aber auch keine Sau interessiert. Und dann habe ich angefangen, Buchausschnitte einfach so völlig unkommentiert abzufotografieren und reinzupacken. Mir folgte, damals folgten mir noch ein paar Kumpels und das war's. Und dann fragte mich so ein Kumpel auf einer Party, ey Maurice, das ist ganz cool, was du machst da mit dem Buchausschnitt und ich lese das mal mit, weil ich schaffe in meinem Alltag gar nicht mehr zu lesen. Aber könntest du nicht mal markieren, was da das Sinnvolle ist auf diesem Buchausschnitt aus dieser Buchseite? Und dann meinte ich, ja, gute, coole Idee, mache ich mal, habe das dann markiert und irgendwann das nächste Treffen spricht mich wieder ein Fremder an, sagt, ey Maurice, oder ein Kumpel, ja, viele Fremde folgen mir da noch nicht. Ey, das ist ganz gut mit den Markierten, die Markierungen lese ich immer mit, aber kannst du nicht mal oben noch einen Kommentar drüber schreiben, damit ich entscheiden kann, ob ich das überhaupt lesen will, ja? Und so entwickelte sich das immer weiter und so wuchs das dann immer weiter auf Basis sozusagen des Feedbacks der Leute, ja? Und auch heute, das ist Arbeit, wie du sagst, das ist scheiße viel Arbeit auch, aber es baut eine extreme Bindung auch zu Menschen auf und die Menschen, die vielleicht durch einen Satz mal inspiriert wurden, wo ein Satz, manchmal kann ja ein Satz, manchmal kann glaube ich ein Wort schon dazu führen, dass du dein ganzes Leben veränderst, die sind mir halt unendlich dankbar, ne? Und daraus, daraus ist inzwischen sehr viel entstanden, ich mache auch, verdiene viel Geld mit Instagram und so weiter, aber das war alles nicht sozusagen mein eigentliches Warum, ich habe das nicht angefangen, um Geld zu verdienen, ne? Und heute, heute sehen natürlich einige so, oh, der verdient damit viel Geld und so, aber die sehen halt nicht diese Jahre davor, da habe ich gar kein Geld damit verdient, ja. Ich habe ja jetzt die Zahl da reingeworfen, ob das jetzt gut oder schlecht war, will ich jetzt gar nicht definieren, ich habe das einfach mal reingeworfen, was Instagram an wirtschaftlichen Mitteln möglich macht und schaut euch an, was da im Endeffekt auch an Arbeit meinerseits dahinter steckt und das ist genau, wie du sagst, Maurice, und das Geilste an der Tatsache ist wirklich am Ende dann, wenn genau solche Themen kommen, wie Menschen, die halt durch das, was du jeden Tag tust, Entscheidungen getroffen haben, die sie zu irgendeinem Erfolg gebracht haben. Ich bin letztens mit meiner Frau durch die Stadt und da ist einer gerammt gekommen, ja, 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 und ich so, wow, kenne ich dich, großer Gott, ich folge dir auf Instagram, super, toll, freue ich mich total und hat ihm halt erzählt, warum er auf mich zukommt und hat dann seine Entscheidungen, die er da getroffen hat, auch wirtschaftlich, auch mit einem Geschäftspartner halt, was ihm da geholfen hat und dann hat danach meine Frau zu mir gesagt, ja, das ist schon geil irgendwie, also du tust, du kennst die Leute ja nicht, aber irgendwie scheinst du schon was mitzugeben, was den Menschen dann im Leben hilft und das ist schon, das ist ein gigantischer Hebel, den man dadurch erzeugt und das wirtschaftliche und das monetäre, wirklich, wenn das jemand macht aus monetären Gründen, dann wird das nicht funktionieren. Das ist immer eine Folge aus dem, aus der Intention, die du reinsteckst in etwas. Schön ist am Ende trotzdem, klar, jeder freut sich, aber die Preise muss man halt zahlen dafür. Vielleicht noch ein Abschluss, die Frage ist die ganze Zeit noch in meinem Hinterkopf, weil du sie mal so beiläufig kommentiert hast und wahrscheinlich ist auch die Antwort, oder die Antwort kann man über vier Stunden Podcast bestimmt geben, aber das ist ja wahrscheinlich die Challenge jetzt hier wieder. Es geht um das Thema Steuern und Deutschland und Steuer, vielleicht auch Steuerauswanderung oder Steuerflucht, Thema Dubai, Schweiz, Malta, was auch immer da alles für Länder gibt, wo man weniger Steuern zahlen kann. Du beschäftigst dich sehr viel damit, vielleicht versuchen wir Pareto anzuwenden oder so, aber was ist so die bahnbrechendste Erkenntnis in diesem Bereich Steuern für dich gewesen und warum setzt ihr das auch so, oder geht ihr das Thema so stark an mit Themen wie Holding, GmbH etc.? Also grundsätzlich muss man sagen, das deutsche Steuerrecht ist eine Katastrophe, wenn es ums Private geht und wenn du im Privaten sagst, du hast Vermögen, dann ist es schwierig, das ist schwierig aufzubauen, dann muss wirklich ein anderes Land gehen, aber wenn du jetzt aus unternehmerischer Sicht die Sachen bewertest, dann hat Deutschland ein herausragendes Steuersystem, weil es dir viele Möglichkeiten offen macht und das Problem in Deutschland ist eher die Tatsache, dass wir keine Bezahlkultur in Deutschland für Beratung haben. Also meine Finanzdienstleistung ist ja so ein Thema, ein Hauptsachthema. Ja, die Leute wollen immer ein Provisionsverbot bei uns in der Branche, weil Provisionen ja was ganz Böses sind. Ich sage, nein, Provisionen sind genau richtig, weil das Mandat es sonst gar nicht zahlen würde, die Arbeit, die du da machst, wenn du nachts um 23 Uhr angerufen wirst, weil die Kfz-Versicherung gewechselt werden muss. Es muss ja irgendeiner bezahlen und das macht halt keiner in Deutschland. Er legt halt keine 200 Euro auf den Tisch und sagt, hier, 15 Minuten Telefonat oder sowas. Und in diese ganze Konstruktion kam eben dann dieses Thema mit der Holding und so weiter. Ich meine, die größte Erkenntnis ist in Deutschland für mich, dass wir offen sein müssen, nicht alles aus einer Hand bekommen zu wollen und eine gewisse Bezahlkultur dahinter zu stellen. Also ein Steuerberater, der glaubt, unternehmerisch beraten zu können, den nagel ich dir jeden Abend an die Wand im Notfall. Und zwar mit Nägel, die er gar nicht mehr wegkriegt. Ein Rechtsanwalt, der glaubt, obwohl er es darf, steuerlich zu beraten, ist einfach nur bekloppt. Es tut mir wirklich leid. Wir haben uns entschieden, dass wir jede Beratung, die ein Unternehmer von uns erhält, aus Rechtsanwaltssicht, aus Steuerberaterssicht, Unternehmensberater und Finanzberaterssicht zieht. Und wir müssen in Deutschland, wir haben ein tolles Steuersystem, aber wenn du es nur aus einer Sicht ziehst, kannst du es nicht nutzen. Also ich bin in der ganzen Thematik, wenn ich in einer Beratung bin und ein Mandat bei mir direkt ist, bin ich der wahnsinnige Unternehmer, der sich mit dem Unternehmer hinsetzt und sagt, Mann, wo will ich denn eigentlich hin? Mensch, das wäre doch geil, wenn wir das so hinkriegen würden und dann malen wir uns Sachen aus und wie könnte man das bauen? Wie könnte man eine Struktur bauen? Muss ich dafür wirklich nach Dubai? Wenn es das in Deutschland... Und dann gehen wir zum Steuerberater. Das ist die Idee. Kriegen wir das steuerrechtlich hin? Und unser Steuer... Also die Steuerkanzler aus dem Firmennetzwerk, wir haben keine wirtschaftliche Verflechtung oder so, das sind ja einfach nur ein paar Bekloppte, die miteinander arbeiten. Die setzen sich da hin und sagen, also Jörg, so geht es nicht. Aber was hältst du davon, wenn wir es so machen? Also hier ist gar nicht mehr so doof. Und dann kommt der Rechtsanwalt, der sagt, okay, also ihr wollt das, das ist der Weg dahin, jetzt packen wir das Ganze in ein rechtliches Kleid, damit das Finanzamt, wenn das nachfragt, nicht gesagt bekommt, ja, einen Vertrag habe ich schon gemacht, den muss ich noch irgendwo auf meiner Cloud, liegt der bestimmt. Und dann kommt ein Anruf, ich brauche dringend einen Vertrag. Ich habe vor zwei Jahren irgendeine Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Das ist halt eine Abfolge von allem. Okay? Und wenn du das tust und dir dann noch das Thema Finanzprodukte zum Beispiel, wir sind der viertgrößte unabhängige Finanzdienstleister in Deutschland. Es gibt kein beschissenes Finanzprodukt, das 42% Steuern schlägt. Wie soll das denn bitte gehen? Aber wenn ich 1,6% Transfersteuern in eine Holding habe, die schlage ich dir sogar mit dem Tagesgeld. Aber wenn ich versuche, privat mir Geld aufzubauen, noch 42% Steuern, fuck nochmal, da kannst du sonst ein Produkt nehmen. Das ist völlig für den Arsch. Da sind Provisionen drin, die die Gesellschaft will bezahlt werden. Und das ist die Realität. Das muss man den Kunden einfach sagen. Und wenn man dann das dahinter stellt und sagt, in dieser gesamten Struktur habe ich dann noch Produkte, die auch geile Rendite machen, weil die gibt es in Deutschland. Wir haben eine Top-Versicherungswelt, die machen gute Renditen. Man muss halt nur lang genug dann auch mal reinzahlen in so eine Grütze und nicht glauben, nach einem halben Jahr ist man Multimilliardär, weil man 20 Euro in die Hand nimmt im Monat. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, und dann ein ETF, ja, ETF, super, du kannst dann ETF in der Versicherung packen, aber in einer juristischen Person macht ein ETF halt keinen Sinn, Mensch. Verstehst du das? Also man muss die richtigen Produkte in der richtigen Welt finden. Die muss dann wieder ein Steuerberater absegnen, ein Rechtsanwalt absegnen und dann hat der Kunde auch ein geiles Konzept. Wenn ich aber hinstelle und sage, ich kann nur, das ist der eine Weg, das ist das Eins-Wahre, dann sage ich, ey Jungs, ey, was ist denn los mit euch? Ist euer Ego so klein oder sind eure Glocken so klein oder euer Stücke so klein? Nehmt doch einfach mal andere Leute mit dazu. Wo ist denn das Problem? Man muss doch versuchen, Rat zu machen und kein Viereck. Dann glaube ich, geht es auch. Und das ist meine größte Erkenntnis. Das hat viel in Deutschland einfach viel mit der Struktur an sich zu tun. Und dann musst du aber nicht nach Malta. Du kannst in Deutschland bleiben, glaubst du mir. Ja, super, super spannendes Thema. Ich glaube, da könnten wir locker auch nochmal eine Stunde draufpacken. Ich sage besten Dank, Jörg, war vieles dabei. Großer Rundumschlag hier. Einige Themen, sehr wertvolle Aspekte aus meiner Sicht mit dabei. an euch die Bitte, den Podcast zu bewerten, den zu teilen, damit er nicht zu den Top 1% gehört, sondern zu den Top 0,001% dieses Jahr. Eindeutig. Und ansonsten auch immer den Podcast jetzt zu kommentieren bei Spotify. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Nutzersignal. Und ansonsten sage ich euch einen guten Tag, guten Mittag, guten Morgen, guten Appetit, was auch immer ihr gerade tut. Und Jörg, besten Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.